Verbrauchte ich ja Platz, verkaufen, verkaufen, brauche ich mir die hier, fürs Erste, wir sind lebensbar, oh ne, ich will mal hier in die, die Lane, und hoff einfach mal, was das Haus hinhaut, lebensbar, mal Angriffseffekt, dann lässt sich nicht irgendeinmal den Angriffseffekt nutzen, ja, das heißt Standardangriff, wo ich meine, ich setze mir den lebensbar ein, ich sollte hier mal verbrauchen, oh, er ist tot, ich weiß es nicht, nein, ich bin nicht aufgepumpt mit irgendwas, vielleicht, 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 ich habe diesmal, ein bisschen mehr Gold zusammen, weil ich mir gleich dann noch den Helm holen kann, Ah, schade, Na, da waren dann meine Jungs ein bisschen stärker, Schade, aber langsam gewöhne ich mich daran, dass man sich selbst hier noch ein bisschen bewirken muss, mit der ganzen Nummer, naja, so, da war es nicht mehr, wirklich, ein bisschen die Passive, oh, jetzt habe ich die ganze Zeit die Routine hier vernachlässigt, ah, ich bin nicht wieder am Kämpfen, so, Okay, das ist sowas wie ein, ich renne einfach mal strumpf hoch mit gesenktem Kopf durch die Menge, oder da eben mit, mit angeschwollener Brust, das würde da eher hinhauen mit dem Centaur, naja, Aha, 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 So, du kannst gehen, wenn die einen ganz allein lassen, kommt man dann doch ganz schön ganz gut durch, na, Ich muss mich mal hier ein bisschen zerlegen, Aha, da kommt den, den Sex, und dann, wow, 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 würde ich mal sagen, einmal zurück, wo auch immer der jetzt lang geht, der wird schon dann, ach, der wird ja irgendwo durch die Mitte gehen, Naja, Hauptsache, ich gehe dabei nicht drauf, ich weiß, so angehört, ähm, was ist das hier eigentlich, aha, plus 5 HP Generation, Regeneration, ich denke mal, wir stehen hier, was, nein, verdammt, ein Shop in Reichweite, was, ach, okay, ich war bei einem Secret Shop, ah, hätte ich auch vorher, na, ist ja egal, verkaufen, was ist der, den kaufen, ah, die Maske, was kann ich denn hier auf X einsetzen, ist ja egal, Top Tower, Top Tower, na, dann gehe ich nochmal in die Mitte, wie kann ich, was kann ich denn hier einsetzen, hab ich dann einfach richtig, ja, Schaden, Post, Lebensrahmen, mal Lebenspunkte, ah, kann ich jetzt noch was einsetzen, oh, jetzt kommt es hier aber, ah, das ist ja auch noch, was ist das denn hier, was ist jetzt X, ich hab den neutralisiert, ich hab den, ja, praktisch zu uns als Team gesteckt, interessant, ja, das Problem ist eben, ich hab ein bisschen wenig Magen, den ganzen Kram hier, da bräuchte ich wohl noch ein bisschen was, ja, das einzige Problem ist, das haut, schießt der Turm auch nicht, und trotzdem eins viel mehr Lebens, muss ich da mal weg, tja, dieser Helmkombi ist schon echt geil, was ist das denn für einer hier, ah, Kampfcreep, ah, ich kann ihn kontrollieren, ich kann ihn für mich kämpfen lassen, hätte ich mal Feuer machen sollen, okay, der, schau mal, äh, was, ach, mein, mein, oh, mein Creep, der lebt immer noch, krass, dass der immer noch am Leben war, hab ich jetzt nicht gedacht, ach so, boah, ich kann den auch versorgen, ist ja krass, äh, alter Schwede, ähm, 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 so, shopanzeigen, da, zu teuer, shopanzeigen, Ah, ne, das ist nicht okay. Dann, äh, was kann ich noch hier holen? Stärke. Dann fange ich damit mal an. Wahrscheinlich meine ich X erst, also den Helm erst wieder in die Benutzung. Das ist sehr interessant, dass ich den auch nicht, auch nicht versorgen könnte, wenn ich das wollte. Oh, das war mal in der, was? Ja, ne, ne. Ah, X, die Maria. Schön. Ah, geil, ich kann die zusammen kontrollieren. Ist ja geil. Und vielleicht kann ich ja dann auch... Ah, wenn einer aufgegeben hat oder so. Was ist das? Ja, ist. Hm, das muss er ab. Ich würde es machen. Nope. Ich würde es abfauen. Was denn mein... ...geht ja immer noch. Und dann stelle ich den hier außerhalb hin. Ich würde es nicht schön weiter angreifen. Was soll's? Ob der mir dann hilft? Ne, ich krieg keine Erfahrung dafür. Was soll's. Hm, vielleicht soll ich den zurückziehen. Zurückziehen und bis zur nächsten Runde warten. Ich bin eigentlich wieder drin. Ich weiß es mal gar nicht. Oop. Ach, ja. Oh, ja. Oh, Gott. Dass ich nicht alles kontrollieren kann. Ja, aber es sieht nach einem tendenziellen Sieg für uns aus. 19 zu 20. Ziemlich ausgeglichen. Ich bin gestorben. Was? Hä? Bin ich schon echt sechsmal gestorben? So oft? Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht. Oh, ich bin jetzt gar nicht. Holy shit. Not you, I fear the beast. Ah, na, Kerl. Ja, der läuft nicht mal rein da. So, aufstammeln. Ah, wir wissen schon, was passiert. Oh, ich weiß nicht, was passiert. Scheiße, ich weiß nicht, was passiert. Ich hab's schon. Oh, Mann. Geboostet alles. Scharp. Scharp. So. Scheiße. Okay. Übergangstempo. Das wär immer cool, aber das ist vielzeitlich. teuer. Kann ich mir das noch nicht leisten. Zwar ist auch schon eher drin als... Tja... Tja, ja... Ähm... Ah, was sind diese Endbosse, ja? Hm, da sollte ich vielleicht nicht gegen antreten. Ach was, vielleicht gehe ich dann einfach mal hier unten an den Tower. Wo bin ich? Da ist ein Shop, okay. Ach, sind das die braunen Landmarken irgendwie? Na, man kann ja auch die Karte eigentlich absuchen danach. Ja, das ist... Kann ich mir halt so weit sein. So, da müssen wir hier rein. Hm... Au, die König hat alle... Alle erledigen nicht Kohle hier. Alle können nicht Kohle sein. Wow, 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 wow. Abhauen, abhauen, abhauen. Ach, scheiße. Oh, Mann. Hm, naja. Oh ja. Zwei, acht, vier. Nicht sehr gut. Tja... 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 11... Bin ich irgendwo mittendrin noch? Tja... Tja... So, falsche... Ist mal hier... Jetzt habe ich schon wieder in die Zone, weil ich eingebracht wurde. Kacke. Ich muss mal in der Nähe von Kämpfen bleiben, sonst habe ich ein Problem am Ende. Ich brauche Geld. Oh, das ist ein Problem. Stabbeln. Wickeid sick. Was ist das? Fresh mate. My steel thirsts. My brain were reviewed. Ich warte mal wieder, Kuh. So, ich gehe. Das ist besser. Es ist besser. Boah, verdammt, der eine hat abgelieb. Der beamt sich einer und in eine andere Dimension rein. und